A 1 Punkt 3. Das Schiff entfernt sich von C bis es die Position P erreicht. P liegt auf der Halbgeraden CS und hat die kleinstmögliche Entfernung zum Punkt A. Berechnen Sie die Länge der Strecke AP. Hier habe ich jetzt nochmal die Angaben und Lösungen aus den vorherigen Aufgaben, sowie die Skizze vom Anfang. Man soll die Länge der Strecke AP berechnen. Dafür brauchen wir natürlich noch den Punkt P. Wo der liegt, ist jetzt hier im zweiten Satz geschrieben, nämlich P liegt auf der Halbgeraden CS. Zeichnen wir die mal ein oder skizzieren sie ein. Und jetzt ist ganz wichtig, hat die kleinstmögliche Entfernung zum Punkt A. Kleinstmögliche Entfernung heißt, es ist der Abstand des Punktes A zu dieser Halbgeraden gesucht. Und der Abstand wird immer senkrecht dazu hingezeichnet. Damit bleibt für die Position von P nur dieser Punkt hier übrig. Und dann soll die Länge der Strecke AP berechnet werden. So, wir sehen AP liegt im Dreieck ACP. Dieses Dreieck ist rechtwinklig. Also funktioniert der Sinus, Cosinus oder Tangens. Den finden wir in der Formelsammlung auf Seite 39. Und dann markieren wir noch die weiteren bekannten Größen in diesem Dreieck ACP. Nämlich die Strecke AC mit 635 Meter. Nur, mehr kennen wir in diesem Dreieck nicht. Ein anderes Dreieck ist auch nicht herzunehmen, weil AP halt in keinem anderen Dreieck drin liegt. Da müssen wir noch eins konstruieren oder einzeichnen, aber das wird sehr schwer möglich sein. So, wie geht es jetzt weiter? Man kann mal überprüfen, welchen von diesen Dreien wir brauchen. Sinus, Cosinus oder Tangens. Vielleicht lässt sich darüber noch was erkennen. Wenn hier der rechte Winkel liegt, ist gegenüber die Hypotenuse, also AC. Der Tangens braucht die Hypotenuse nicht zum Berechnen, sondern gegen Kathete und Ankathete. Also können wir den schon mal ausschließen. Weil, wenn die schon bekannt ist, rechnen wir auch mit der. Cosinus ist Ankathete durch Hypotenuse. Dafür müsste man diesen Winkel hier kennen. Dieser Winkel liegt aber in keinem anderen Dreieck drin. Also wird er sehr schwer zu berechnen sein. Von so her schließe ich auch den Cosinus aus. Bleibt noch der Sinus übrig. Dafür brauchen wir diesen Winkel. Ist dann gegen Kathete durch Hypotenuse. Und dieser Winkel hier unten liegt tatsächlich noch in einem anderen Dreieck. Nämlich, wenn ich es als Winkel SCA betrachte, dann ist es ein Teilwinkel von diesem großen Winkel hier. Was bringt mir das? Ganz viel nämlich. Den unteren Winkel ist nämlich der Winkel BCA, ACB. Und der hier ist hier oben schon bekannt mit 16 Grad. Also kann ich den kompletten, den SCB ausrechnen und davon den ACB abziehen. Damit kriege ich dann diesen Winkel hier, diesen SCA bzw. PCA. Okay. Die Erkenntnis daraus ist also, ich brauche den Sinus. Und zwar mit dem Winkel PCA. Und Sinus ist gegen Kathete durch Hypotenuse. Also die Strecke AP durch die Strecke AC. Und natürlich daran denken, der Winkel PCA ist gleich dem Winkel SCB. SCA mit SCB. So. Jetzt brauchen wir den Winkel SCA. Ist gleich. Nichts anderes als der Winkel SCB. Der kommt jetzt hier vor. Mit D. So. Minus des kleinen Winkels hier unten, nämlich dem ACB. Das Problem hierbei ist jetzt natürlich, den SCB kennen wir noch nicht. Also müssen wir den ausrechnen. Dieser SCB, Winkel SCB, dieser rote hier, liegt in dem Dreieck SCB drin. Oder BCS jetzt in diesem Fall. Und von dem kennen wir schon ganz viel. Jetzt brauche ich noch eine weitere Farbe. Da nehme ich einfach Orange. Nämlich, ich kenne die Strecke BS. Ich kenne die Strecke BC. Ich kenne die Strecke CS. Und ich kenne den Winkel CBS. So, also ist ja ziemlich viel bekannt. Schauen wir uns das Dreieck an. Es ist kein rechtwinkliges Dreieck. Also funktionieren nur Sinussatz oder Kosinussatz. Die finden wir auf Seite 30 in der Formelsammlung. Der Sinussatz bräuchte zwei Winkel und die gegenüberliegenden Seiten. Schauen wir uns das an. Es sind alle drei Seiten bekannt. Also das ist kein Problem. Hier haben wir zusätzlich nur einen Winkel. Und der zweite Winkel, der rote, ist ja gesucht. Also würde der Sinussatz funktionieren. Der Kosinussatz würde genauso gehen, weil drei Seiten bekannt sind und der Winkel eben gesucht ist. Ich nehme jetzt hier mal den Sinussatz her. Ich schreibe jetzt hier noch auf, dass ich den Winkel SCB berechnen will. Also ich fange mit diesem Winkel an. Sinus von SCB. Und beim Sinussatz heißt es ja, Sinus vom Winkel geteilt durch die gegenüberliegende Seite. Das wäre die Strecke BS. Ist gleich Sinus jetzt hier des bekannten Winkels, nämlich CBS. Geteilt durch die gegenüberliegende Strecke. Und das wäre in dem Fall CS oder SC. Setzen wir die bekannten Größen ein. Sinus von SCB. BS waren 353 Meter. Ist gleich Sinus von CBS, also 38 Grad. Geteilt durch CS und das waren 356 Meter. Jetzt lösen wir nach SCB auf. Das heißt, wir müssen erst mit 353 multiplizieren. Dann folgt daraus, Sinus vom Winkel SCB ist gleich Sinus von 38 durch 356 mal die 353. Und jetzt müssen wir noch den Sinus mit hoch minus 1 auflösen. Und dann folgt der Winkel SCB ist gleich Sinus hoch minus 1 von Sinus 38 Grad durch 356 mal 353. Und das kann man jetzt, so wie es hier steht, in den Taschenrechner eingeben, eintippen, auf Ist gleich drücken. Und dann folgt, dass der SCB 37,62 Grad sind. So, den setzen wir jetzt wieder hier oben in unsere Gleichung für den SCA ein. Also der Winkel von SCA ist dann gleich 37,62. Also der SCB minus, da brauchen wir auch die Größe der ACB war, noch weiter oben, 16 Grad. Und das sind dann 21,62 Grad. So, damit haben wir jetzt auch den Winkel ausgerechnet. Wir wissen ja, der SCA ist gleich wie der PCA. Also setzen wir nochmal alle bekannten Größen hier ein. Auch mit AC, mit den 635 Meter. Dann folgt daraus Sinus von, setzen wir gleich ein, 21,62 Grad ist gleich. Und jetzt nochmal nachschauen. AP ist ja gesucht, also es bleibt unbekannt. Und AC sind 635 Meter. Müssen wir noch nach AP auflösen. Das heißt, wir multiplizieren die Gleichung mit diesem Nenner hier, mal 635. Und dann folgt AP ist gleich 635 mal Sinus von 21,62 Grad. Ja, ich habe jetzt die beiden Seiten schon umgedreht. Und dann kommt raus, dass die Strecke AP, nicht 235, sondern 234 Meter lang ist. Ja, an dieser Stelle nicht vergessen, auf ganze Zahlen zu runden, weil das ganz oben in der Aufgabe drin stand. So, damit hätten wir die Länge von AP berechnet. Und damit wären wir mit dem A1 Teil fertig.